Das kommt nicht gut. Ja, wenn jemand gerade wie ein bescheuertes Holz gefarmt hat, dann deckt der es da aber auch. Hast du noch, ähm, ähm, Rubber? Äh, ich hab, nein, ich hab, musst du... Ich hab ganz viele Rubberbäume gefunden, aber ich bin jetzt gerade auf Schafjagd, weil ihr... Hier hinten ist auch noch ein Rubberbaum, einer, aber... Nein, ich bin Rubber. Ja, dann kriegst du ja von dir Rubberfüße wahrscheinlich. Ja, egal, dann mach ich mir jetzt einfach selber. Ah, dann ist es zu Korro. Ne, ne, ich mach mir schon gerade Rubberpast. Hier hinten ist Notar. Oh, wie bekommt man mal Rubber? Aber ich glaub, ich hab... Sticky Riesen, genau. Was ist das eigentlich? Bessert Cobblestone? Basalt Cobblestone? Ja, nimm's mit. Ja, nimm's mit. Ganz dringend. Das brauchen wir. Am besten alles, wenn's geht. Ja, ja, da brauch ich auch noch ganz viel Füße. Ich hab meine T-Blocks. Alter, irgendjemand haucht so gerade raschelnd ins Mikro rein. Ich glaub, es ist sendlich. Nein. Gerade nicht. Schweine, die hier gespawnt sind. Alter, die sind alle verbrannt. Oh, hier ist die Kühe. Äh... Oh, und hier sogar ist ein Flämmchen beim Vulkan obendrauf. Ja, Lava. Ist doch klar. Ein Vulkan hat Lava. Ich hoffe, wir hier in diesem Scheiß-Dingswald sind jetzt mal ein paar Schafe, die ich dann für uns töten kann, damit wir genug Wolle haben, weil sonst kümmert sich ja keiner um die Wolle. Ja, ich suche, ich suche mir gerade Zuckerrohr für Bücher. Nämlich mit den Büchern kommst du einen Schalding-Table bauen. Du was brauchst du denn da? Wenn ich hier nicht aufpasse, ich glaub, dann würden wir alle zugrunde gehen. Ja, grad du. Ja, ja. Grad du. Echt? Ich kenne mich nicht mit Ticket aus, aber ich weiß, dass ich... Ich brauch wenigstens was sinnvolles. Ja, ich doch auch. Oder wollt ihr die ganzen Nächte durchwach bleiben? Nein, ich mach hier genau was richtig sinnvolles. Was brauchst du denn, sag mal? Extractor. Ich baue jetzt erstmal wieder so Electric Fernandes Messerrate und das ganze Zeug. Weil das ist... Weil das... Wollen wir das vielleicht so machen, dass jeder sein eigenes Haus baut, ne? Und dann... Erstmal nicht, erstmal nicht, erstmal soll ich... Oh doch, das der gehört jetzt mir. Ne, nein, hört mir doch erstmal zu. Erstmal, also jeder ein gemeinsames Haus baut. Und dann haben wir noch ein Haus, in dem die ganzen Geräte sind. Oh, super. Ja, okay, aber das ist mein Haus. Ja. Mein Haus. Da sind auch schon ein paar Geräte drin. Ja, darf ich denn Geräte erstmal mitbenutzen, solange bis ich meine eigenen hab? Hm. Sag nein. Hm. Hm, okay. Was kommt drauf an? Wird's schon wieder nachts? Ich bin noch gar nicht lange am Laufen gewesen. Es wird doch nicht nachts, es ist... Warte, die Sonne ist jetzt am Mittelpunkt. Bei mir dämmert schon. Wie weit bist du weglaufen? Ziemlich weit. Tja, nur mal so wie wir TPen hier nicht oder so, ne? Ah, da bist du doch bei mir. Au. Äh, brauchst du Fleisch oder so? Ne, ich hab selber grad was gejagt. Wieso? Wieso hast du hier überhaupt gepflanzt? Was ist das? Flachs. Flachs? Wo ist das Flachs her? Ich hab genau drei Wolle, ich kann zurückgehen. Ja, es bringt dir ein Bett, wenn nur du eins hast. Ja, genau. Es bringt dir gar nichts. Wenn, dann müssen nämlich alles schlafen. Und wir gehen ganz sicher nicht aus dem Server raus. Ja. Dann bin ich gezwungen, mehr Wolle zu suchen, nicht wahr? Mhm. Was würd' man sagen? Tja, würden wir noch normales Ticket spielen? Könnten wir uns das jetzt messeraten? Ach, ich hab jetzt genug Schafe gefunden. Ich hab um die 50 Schafe jetzt grad gefunden. Scheiße, ich brauch Eisen, ey. Ich hab keins mehr. Kümmern sich ja nur noch Kohle. Weiß. Junge, ich hab auch Kohle, aber ich bin... Ich hab nur noch Refinet, aber das Problem ist einfach. Alter, ich hab jetzt wirklich Angst, dass ich gleich nicht mehr zurückfinde. In der Wüste anfangen zu mir, zu graue Scheiße. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Koordinaten nachguckt. Alter, ich hätt mir einen Punkt setzen sollen, ich voll Pfosten. Ja. Stimmt, ich setz mir auch mal einen Punkt. Waypoints, Edge. Kann man Truechap stacken? Kann man natürlich nicht mehr. Samy's. Haus. Samy's. Haus. Mein Haus. Nicht ganz. Komm, komm, komm. Drop, 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 drop. Drop, roll. Ja. So, schön gibt es das Grün. Dominik kommt mit reicher Beutel nach Hause. Ich fülle jetzt Eisen. Und das meinte ich... Ähm, Svenny, kannst du mir eins, zwei, drei, vier Eisen mitbringen? Äh, ich brauch selber erst mal zwölf Eisen. Trotzdem. Ich hab... Ein Eisen, du hast mir noch ein Eisen gegeben. Ja, okay, dann muss ich selber vorne gehen. Ne, mal gucken, wie viel ich überhaupt finde. Will ich genug finde. Also, wir brauchen neun Wolle nicht, wa? Ja. Ne, dann bin ich dabei, ja. Ich hab schon das erste Eisen gefunden. Alter, ich hatte vier Eisen. Wenn ihr das jetzt verbaut habt... Ja, mussten wir. Junge, es war meins. Ich wollt mir dafür draus ne Spitzhacke machen und noch weiterfahren. Alter. Ja, dann konsumiere ich ab ne Eisenspitzhacke. Frag doch mal vorher. Krüfer? Ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht hier alle zusammenarbeiten, aber trotzdem könnt ihr doch mal vorher fragen. Das geht doch auch. Komm, mach Bomben, mach... Ach, das ist... Brot hab ich Fackeln. Nein, hab ich... Scheiße. Viel Eisen. Ich hab gerade mal zwei Eisen. Ich brauch nur vier Stück. Das war jetzt extra. Alter, ich... Nein, ich glaub, ich brauch mal zwei Eisen, also. Ich kenn dir die... Alter, bei mir dämmert schon. Nein. Ich kenn dir die Koordinanz sagen, weil ich bin daheim. Boah, Spinne, ey. Das ist auch kein Eisen, ey. Ich hab jetzt zwei Eisen, das ist nix. Ich brauch zwölf. Ich hab auch zwei... Oh! Na gut, theoretisch gesehen, wir haben auch acht reich. Jetzt wird's heller. Ich bewege mich auf dem richtigen Kurs. Oh, ey, beim Eben nicht ganz... Jetzt wird's viel heller. Äh, ich befähig mich auf den richtigen Kurs. Schau, da ist ein Lavasink. Er hat die ganzen Fackeln abgebaut hier unten. Ich nicht. Dominik. Eine, aber nur eine verstellt. Trotzdem, das war meine Fackel, das war meine. Leute, du bist halt so scheißegal. Nein, weil ich hab keine Kohle. Und ich könnte eine abbauen, aber das tue ich nicht. Brauchst du Kohle? Diamonds? Doch nicht. Sam, ich gib dir bitte... Nein, bitte nicht, Skelett. Nein, bitte nicht, nein. Wie sollst du die Monster auch angemacht? Eisen! Oh, das wird's aber... Zwei Eisen, zwei Eisen. Ja, da. Hm, es wird wieder heller. Ja, also ich bin auf dem richtigen Kurs. Bei uns müsste jetzt aber dunkel sein. Nee, bei uns ist es noch hell. Echt? Hm. Oh, Eisen. Ey, ich seh dich da unten, das hat dich grad gesehen. Jetzt hab ich sechs Eisen. Ich hab gleich auch noch ein bisschen... What the creepy! Ja, ich hab Eisen. Scheiße, was, erst mal eine Fackel? Oh, ja, sehr viel Eisen. Oh, ja, ich hab schon mehr als ich brauch. Nein! Scheiße! Ich könnte dir theoretisch drei Eisen geben. Ja, toll, freudig einen Keks. Scheiße! Oh, Enderman, Enderman, Enderman. Scheiße, Alter. Oh, soll ich dich nochmal ein Stück? Ich hab mir jetzt hier mal einen Raypoint gesetzt, damit ich wieder zurückfinde an diesem Punkt. Ah, da ist ne Craftingbox! Da ist die erste Craftingbox! Da ist ein Untergang zum Mino! Da ist ne Sandwelt! Ich seh ne Sandwelt mit nem kacke Haus! Ja, ich bin zu Hause! Dominik, dein Haus brauchst du auch nicht was Schöne, also... Ja, schon. Wo bist du, Dominik? Wieso? Du hast mein Haus beleidigt. Ey, du bist unter mir, Benni! Schau mal nach oben! Oh, fein. Ich hab mir eine kleine Höhle gefragt. Also, ich zieh die Beleidigung wieder zurück. Du kannst von mir drei Eisen bekommen. Ja, das hab ich selber auch genug gemacht. Ach so, dann bin ich. Ja, aber ich kann gern drei Eisen gebraucht. Ja, bekommst du aber noch was. Warum? Mein Eisen. Oh, Sam. Ich hab jetzt zwölf Eisen, das ist genauso wie ich benötige. Fade. Du dich. Oh, da ist noch überall was da. Mein Eisen, was jetzt im Ofen liegt. Meins. Ja, ja. Ich hab genug. Und zwar, was wollte ich jetzt machen? Oh, meine Truhe. Junge werden, mein Vater. Ach so, jetzt hab ich's falsch umgestellt. Meine Private Truhe. Aber alles, was im Project Table drin ist, ist meins. Ist in Ordnung. Nicht nehmen, bitte. Ich hab gesagt, ihr könnt jetzt gerade meinen Scheiß haben. Ich hab hier ein bisschen in die Gäste reingelegt. Alter, ich muss fristen. Alter. Oh, mir geht's wieder gut, ey. Noch eins, ja, ist perfekt. Hat jemand auch Schwarzpulver? Ja. Der geht jetzt. Ja, ich hatte, warte. Ich hatte, ich hatte, ich hatte. Man hat noch 8 Euro Schweinefleisch, muss ich gerne mal. Ich hatte Schwarzpulver, aber wo auch immer das jetzt wieder ist. Also, das hab ich mir schon genommen. Ach so, okay. Oh, was macht sich der Dominic? Microblocks? Hast du die Microblocks gemacht? Was ist das? Ach, ein Bett. Oh, danke, Dominic. Danke. Warte, Dominic, du sagst, du brauchst zwei Eisen, ne? Oder zwei? Drei. Äh... Ey, Cole. Äh, stellt mal eure Betten hin. Warte. Gar nicht pervers. Ich schlafe an der Tür. Aus Sicherheitsgründen. Jetzt geht auch alle... Dein Bett, Benni. Ja, warte, ein Eisen noch. Jetzt. Jetzt leg dich in beiden. Es gibt eine neue Version von Minecraft. Oh, scheiße, schreibt mir da hin. Und jetzt verbrechst du dich aus meinem Haus. Dein Bett. Liegt auf meinem Bett. Wo sind Creeper? I need some creepies. Mein Zombie. Tschüss, Zombie. Mein Zombie. Tschüss, Zombie. Tschüss, Zombie. Wir gehen in die Mine. Wir gehen in die Mine. Nein, die magst du nimmer auf die Mine. Warum? Weil da die ganzen scheiß Monster rausgekommen sind. Hier unten sag ich's noch. Warte. Ich brauch Creeper. Ich brauch... Oh, ein Creepy. Ich hab ein Extractor. Okay. Und welches Wood muss ich da reintun? Rubber Wood. Rubber? Haben wir das? Ich glaub schon. Ach, ich soll da jetzt nicht unser Telefon, ey. Kurzer Cut. So, Leute. Willkommen zurück zu Techland. Ich hab' den scheiß kurzen Cut. Sorry, tut mir leid, Leute. Äh, ja. Ich will dabei gestiegen. Ich bin dabei gewesen, meine Sachen wieder zu prägen. Sonst muss ich leider andere Zeiten aufzählen. Gut. Na, du bist... Ja, ich glaub du mir, ich ist ja der am wenigsten Ahnung von Techland, oder? Ja. Deswegen... Deswegen... Ja. Meine Sachen, Sammy. Alle. Junge, der killt mich jetzt wieder. Sammy, lass Dominik in Ruhe. Ah, Damage. Warte, warte. Ich will meine Sachen wieder haben. Hä, ist der auch stumm? Oh, ich hab' mein Mikrofon ausgemacht, bin ich blöd, ey. Oh, Alter, ey. Du bist, was du 62 Stück hier. Ja, weil ich farm war. Bet, verrottet das Fleisch. Das hier kannst du auch haben. Den Rest bekommst du nicht. Doch, meine Axt krieg' ich wieder, die hat Penny mir geschenkt. Die krieg' ich wieder. Dann hier hast du deine Stein-Axt. Was mit der Spitzhacke? Liegt auch hier drin. Ha, ha, Spitzhacke, Spitzhacke. Ja, jetzt lass es auch doch mal kontrastlich. Boah, du, Rubberboot hab' ich hier. In den Extractor. Dann geh' ich irgendwo alleine mich jetzt zu, ich setz' mich irgendwo alleine zu. Benny? Wollen wir in dem Haus bleiben? Also, ich bau' mein eigenes. Ja, das war klar. Und was ist, wenn wir das umbauen? Junge, ich will mein Fleisch wieder haben. Ja, du weißt doch, wie ich mein Haus, du weißt doch, wie ich mein Haus bauen will. Ja, und was ist, wenn du das hier, wenn wir das Holzteil einfach wegreißen, weil der Keller, den würd' ich gern, und du baust dann einfach aus und ob dein Stuff zeigst. Ja, das, das, das bringt ja eh nicht, find ich, weil ich bau' bei mir doch eh die Erhöhung und in der Erhöhung möchte ich denn ja ein Lager bauen. Ja, ihr müsst euch jetzt noch nicht vorstellen, wie es werden wird, also ich weiß es schon, ähm... Ich weiß es auch schon. Ja, ich hab das schon hier schon mal angefangen zu bauen. Wir hatten aus so'n privaten Tech-It-Lite-Server, wo wir einfach so'n wat' bauen und so. Wissen rumprobiert. Ja, so kann man jetzt auch nennen. Weil wir uns mit Tech-It-Lite und ich würd' ich auskönnen. Ah, da ist so'n bestimmtes... Also die Rohstoffe geb' ich alle euch, bis auf Eisen, Kohle und etc., die wir von normalen Minecraft kennen. Kann man jetzt nochmal nen Aufnahmekart oder wie auch immer das heißen? weil sein Internet nein in zwei Minuten noch gar nicht das soll ich jetzt noch machen wo ist der Dominik Dominik wo bist du ich hab hier dein Fleisch genau ja diese Kunde Bummer das Wollte sind als ablässlich sie kommen immer zurück das auch ja aus als neuer Leck mich doch wer mich jetzt irgendwo an getroffen jetzt will ich die ganze Zeit treffen ich treffe dich aber ich hab nicht Dominik gemeint Sachen her nein ich hab dich nicht ganz dringend ich hab nix von dir aufgesammelt was fängst du überhaupt an mich zu tritt mich abzuschießen oder meinen Boomerang abzuwerfen Loll mein Messer Alter ich wollte eigentlich jetzt gerade Bäume abfällen Pass auf Benni hinter dir der kommt ja wieder zurück nein du hörst auf du hörst ja nicht auf mich abzuschießen ja ich hör auf dich abzuschießen nein es ist auf hier okay Waffe ist geladen ja ich hau ab ich hau ab warte ich hau ab okay jetzt machen wir einen kurzen Aufnahmekart okay also wir machen jetzt Aufnahmeende oder wie auch toll wie lange zocken wir jetzt halbe Stunde vielleicht ja ich war aber schon ab 17.45 Uhr online ja seht es jetzt richtig warte noch zwei Sekunden warte noch zwei Sekunden bitte okay zwei Sekunden in zwei Sekunden noch das war es wieder mit Take It Sam geht leider kein Internet mehr und what the fuck ist das für ein Epic hab ich schon aber ich kann nicht mehr ja gut äh bis zum nächsten Mal Leute ja warte mal kurz ja dann bist du ihr ab letztendlich bis zum nächsten Mal Sammy sagt tschüss tschüss und auch